Hallihallo und herzlich Willkommen zur nächsten Aufnahme von Minecraft. Wir waren als letztes im Liter. Diesmal sieht es halt nicht ganz so lange her, da geht ein Skorpion baden. Was auch so schön ist, aber naja. Und ich schätze mal, diesmal werden wir uns ein wenig Erze besorgen müssen, das heißt dies wird eine Abbaufolge. Ah ja, ich hab die Zirbeln abgebaut und nicht wieder eingepflanzt, ne? Bestimmt ja. Das müssen wir dann zuerst noch machen. Wo hab ich denn die Hau? Packen wir mal da rein. Noch Leder. Der Stil kann da rein. Auf den Satien-Knopf. Das machen wir da rein. Ja, behalte ich mal vor dem Bogen. Ähm. Gut. Gehen wir da erstmal hin. Machen das. Hallo Skorpion. Ah, ich vergesse immer alles. Hat ja wie ein Programm gelungen. Unterzustellen. Während der Aufnahme. Ah, mein PC hängt in letzter Zeit sowieso irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Gut. Ah. Ah, jetzt. Ich hoffe jetzt ruckelt's mir nicht mal hoch. Ähm. Ah, hallo Schweinchen. Und dann machen wir uns mal ein paar. Gar nicht wie viele ich hier brauche. Sind wir erst bei 14? Bestimmt mehr. Ja. Knapp. Ah, dann können wir jetzt hier wachsen. Hier mach ich mal dann weiter. Hier haben wir leckere Erdbeeren. Na, halt doch nicht da rein. Oh Gott. So, ähm. Da. Entbeeren müssen auch, genau. Ist nicht nachgezählt wie viele das jetzt waren. Hm. Ach, wieder knapp. So. Grabe ich mal noch. Im Restaurant, wenns geht. Ah. Ach, schlau mit der Spielzeuge geht das wohl kaum. Hallo, Schleimball. Ne, der krieg bestimmt nicht mehr umraben, ne. Ne. Da. Dann mal sehen, ob da wieder Viecher spawnen oder nicht. Also praktisch haben sie dann ja nur noch den Rand. gut. Und hier können wir auch ernten. So. Die haben wir da. Was haben wir da. Wann das hier? Ja. So. Na doch, haben wir ja einiges an Zeug. Die geht weg. Na ja. Hier. Ah, und hier noch. Das ist die Hochfutsch. Kack. So, ein Kack. Los, komm. Ja. Ja, ja. Cool, woanders rum. Dann. Dann. Wollen wir wieder ein bisschen. Kobbel. Ich denk's doch mal schnell. Stickies muss ich dann wohl noch machen oder nicht? Mh, nein. Gut, da muss ich welche machen. Wo hab ich denn Holz überhaupt? Da, da oben haben wir... ...das und das. Dann haben wir mal davon. Ähm. Ach, ich bin doof. Man sollte da echt nicht so schnell aufdrecken. Ah. Ah. 36. 30. Reicht. Haben wir leider ein Passt jetzt gemacht. Naja. Die werden wir auch noch verbrauchen. Weg, zock einer. Oh, bitte. Kumpel wieder weg. Da. Ah, Wildschweine. Wird bloß weg. Wird bloß weg. Wird bloß nicht hier reinkommen. Wird bloß weg. Wird bloß nicht hier reinkommen. Wird bloß weg. Wird bloß nicht hier reinkommen. Ah. Die können wir leider nicht. Achso, die Karotten brauche ich ja nicht umwandeln. Hehehe. Ach, er hat Hunger. Na gut. Dann schnappen wir mal ein paar Karotten. Da. Dann haben wir das Fleisch noch für später. Auch die muss ich umwandeln in Saat. Ich müsste eigentlich noch merken, wie viele Fälle das sind hier. Ah, es sind 16. Wie ich angenommen habe. Sehr gut. Noch ein bisschen weizen. Sehr schön. 23. Abend. Das reicht auch. Locker. Ich werde in der Natur eigentlich noch was gehabt. Ah. So. Ich muss halt draußen bleiben. Ähm. Dann sind wir hier soweit fertig. Obwohl der Salat wächst. Aber das ist egal. Nee. Ich mag. Komm, verdrückt mich. Verrückst du mich? Nein. Der badet. Der Skorpion, der nervt. Na. Ach, da brauchst du zwei Schläge. Ich dachte, der wird stärker. Wildschwein. Ich will. Das hier abbauen. Ich traue den Wildschwein nicht mal. Greifen die an mal nicht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, ob die Hunger haben. Wie bei den Pantern und großen Katzen. Keine Ahnung. Aber ich traue ihn nicht. Und die Musik ist mal wieder von Grandia. Dass ich auch gerade jetzt playe. Aber egal. Ähm. Karotten. Das weg, das weg, das weg, das weg. Oh, wir haben auch schon einiges zu futtern hier. Wir haben sogar einen Mörser. Wir haben noch Onion Seeds. Okay. Wir haben sogar noch einen Apfelbaum. Okay. Na ja. Dann. Die Erde lasse ich mal mitnähen. Das ist auf jeden Fall noch eine andere Spitzhacke. Ne, die holen wir nicht. Da mit rein. Bogen. Und das nehme ich auch mit. Aber ich wollte dich nicht mitnähen. Ja, aber ich muss erst mal Werkzeug machen. Die kommen wir sonst weglegen. Dann mache ich mir mal zwei Steinspitzhacken. Dann würde das abbauen. Zwar länger dauern, aber... Die Ironpix-X ist schon so angeschlagen. Das ist nicht schön. Ähm, das Dino-Bike, wo war das? Dino-Bike, Dino-Bike, Dino-Bike. Ich hab's auch gesehen. Ähm. Näh. Sag mal. Bin ich jetzt schon wieder so blind? Ich bin um einmal jetzt... ...da unten. Na, dann machen wir's mal eben da hin. Hätten wir alles, dann können wir gleich... ...die Nacht vorüber ist, loslegen. Perfekt. Und zwar werde ich das wirklich so machen, dass ich unter die Inseln fliege und dann abbaue. Das ist vor allem, damit ich Eisen kriege. Komm her, hier. Fangen wir gleich mal bei uns an. Gucken. Hier sind lauter Viecherchens. So. Das sollte gehen. Mal gucken. Okay, das dauert ne Weile. Aber es geht leider nicht anders. Da wollen wir Eisen. So, es fällt nichts daneben. Bei dem langsam abbauen wir das. Ärgerlich. Nehmen wir mal das noch mit. Kohle brauchen wir ja auch wieder. Ich weiß, das ist etwas langweiliger als... ...alles andere. Aber ich mach das, damit ich nachher... ...in den Netter gehen kann. Wow. Das hört sich so zu dicht an. Das hört sich so zu dicht an. Redstone. Deswegen will ich mir ne Eisenrüstung wenigstens machen. Obwohl ich dann Befürchtung hab, wenn so ein möser Skelett ankommt, dass wir da eh verrecken werden. Oh Gott. Ach, was geht denn da mit Eisen? Hehehehe. Na gut, ich muss nicht Eisen doch raus. Na. Na. Na, du auch noch. Die Musik ist vorbei. Okay. So, an dir teste ich jetzt wieder, ob ich dich auch mit dem erbauen kann. Ich... ...befürchte aber nicht. Obwohl es relativ schnell geht. Nein, es geht nicht. Okay. Da oben höre ich allerlei Monster. Das einzige, was uns dann hier umbringen wird, ist wenn Lara da von oben kommt oder ein Monster unterfällt. Mit einem Schlag umhaut. Sehr schön. Nein, die Anlage. Ja, bloß fliegt nicht langsamer bauen würde als normal. Schön abbauen zu Spyro Musik. Ich glaube, mehr Kohle nehme ich dann ja gar nicht erstmal mit. Aber das dauert so echt ewig. Wir suchen vor allem Eisen und alles andere. Das dauert ja echt ewig mit der Kohle. Ja. Ja. 18 Kohle haben wir jetzt mal. Genau. Ups. Geht doch schon einigermaßen. Geht doch schon einigermaßen. Ja. 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 Genau. Ich habe mir das gigantic ja gleich mal in die Sonde locken. Ah, wir haben schon 5 Eisen. Ich glaube, wieder 4, die sich gegenseitig töten. Ach, wenn das nicht so lange dauern würde. Ich glaube, ich gehe doch gleich mal auf die. Das Skelett ist jetzt weg, das wäre sehr gut. Haha, Ratte, kriegst du uns nicht. So, was haben wir da? Das müsste Water sein. Genau, ein Waterchart. So, da oben ist noch. Naja, kein Skelett dabei. Ah, runtergefallen. Kacke. Oh, wir haben noch da Erdscharts. Alter. Ach, das ist eine Ziege. Okay. Ein bisschen höher gehen. Dass wir uns irgendwelche raserigen Viecher belästigen. Und dann haben wir alles. Oh Gott, die Ziege machen leer. Da kriegt man ja Angst. Haha, die Ratte. Die Ratte war auf uns drauf. Okay. Okay. Noch irgendwas. Das ist cool. Das ist ein Elefant. Könnte das ein Mammut sein? Ja. Ein Mammut. Die gibt es ja jetzt auch. Süß. Weiß noch nicht, ob die freundlich oder böse sind. So. Hier haben wir wieder Redstone. Also ich werde nicht viel mit Redstone basteln, aber wir können das auch im Zaumkor verwursten. Ah ja, ich weiß, ich kenne schon jemand, der sich jetzt die Hände im Kopf schlägt. Dass ich das gesagt habe. Ah, ich bin nicht so der Redstone-Bauer. Hab davon nicht so viel Ahnung. So. Da oben sehe ich wieder. Gelb. Wann ist die Erdscharts gelb? Ja, ich glaube ne. Oh, so ne feiner Creeper und ein Zombie wahrscheinlich. Oh, da geht auch noch viel tiefer rein. Machen wir die mal weg. Hm. Etwas runter. War doch nicht so weit. Ach, das ist wieder dieses alte Problem. Da. Da müsste. So. Gehen. Und es wird Nacht. Dann sollten wir uns schleunigst ins Bett machen. Da. Weil das muss nicht sein. Ah, wir haben schon 15. Eisen. Das ist doch mal nicht so schlecht. Kohle rein. Eisen rein. Die Charts lege ich mal ab. Das Ende auch. Das wird jetzt dumm. Ach, komm, wir haben den ganzen Grab. Ist egal. Und weiter geht's. So. Und da. Hier waren wir schon. Mal hier gucken. Hier ist so duster. Warte. Ähm. Lichter ran. So. Naja, ich weiß, dass da nirgends ist. Warte. Diese Geräusche können einem echt Angst machen. Nein. Ist weggefallen. Nein, egal. Das ist leider der Nachteil an dieser Abbaumethode. Wir haben, nur glaub ich, Fire Char. Das ist ein Höhlensystem, ne? Ja. Kann er mal hier ein bisschen... Licht machen. Jo, das ist ne Höhle. Hm. Ich überlege, ob ich da reingehe, aber... Nee. Ach. Was ist da unter? So. Ach, sieh gut. So. Oh, gejuckt. Oh, mein Mann. Hätten sich noch mehr Charts, aber ich will doch eigentlich Eisen vor allem. Wir haben Eisen, da. Oh Gott, ich muss echt mal die Hacke benutzen. Lange hält die Eisenhacke nicht mehr vor. Ach, ich dachte. Ach, jo. Man erkennt zu wenig. Warte mal. Hab ich überhaupt... Würde mir jetzt das sein. Äh, heh, heh. Sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Auch zum Aufnehmen. Ich nehm bestimmt schon die ganze Zeit auf dem Movie-Dings auf. Boah, ich seh hier lauter... Ich denke, ich hab's aufgesehen. Diamanten. Also, wenn wir genug Diamanten haben, dann werden wir uns erstmal eine Diahacke machen. Also, dieses Problem der langsamen Abbauart nämlich. Bin ich den jetzt eingefangen? Nein. Ging auch gar nicht, weil die Eisen braucht. Hehe. Bin auch so schlau. Ist ja Gold. Ja, da machen wir ein bisschen Licht hier. Das nochmal Redstone. Yeah. So, und jetzt schnappen wir uns mal die Diamanten. Also, drei werden's auf jeden Fall. Hauptsache, wir verlieren sie nicht. Puh, einen haben wir. Nächster. Jawoll. Und hier noch. Dann machen wir das auch, dass wir ne Diahacke haben. Wird auf jeden Fall besser sein. Ich kann uns auch schneller eine Rüstung machen. Hoi. Haben wir das Schad schon mal gefunden? Ich weiß das nicht. Wenn wir Glück haben, finden wir dann nämlich noch mehr Diamanten und können uns ne Dia-Rüstung upgraden. Also, wenn wir jetzt schon ne Dia-Rüstung hätten, das wäre krass. Na gut, mach ich das erstmal so, wie ich gesagt hab. Mach was ne Diahacke. Das ist zwar leichte Verschwendung, aber da wir ja fliegend abbauen, geht's dann auch schneller. Würde zwar auch für ein Rüstungsteil reichen, denke ich mal, aber... mit Diamant Home, yeah. Sieben Stück haben wir, okay. Den Rest verwahren wir in unserer... dritten Kiste, damit wir jetzt im Schluck keinen Platz mehr haben. Auf jeden Fall. Das rein. Na, das Gold. Das wandle ich noch nicht um. Ich wandle da oben rein. Feiern. Nein, das Schad hat er echt noch nicht. Oh, pflanzig ist raus. Mach das da rein. So, und Diaz. Ne. Diaz mache ich mal da oben mit rein. Mein Werkzeug dann auch. So, dann hätten wir das. Und können nochmal gucken gehen. Ein bisschen haben wir bestimmt noch, oder? Wie spät ist es? Sonne? Da oben. Na gut. Dann gehen wir nochmal gucken. Guck. Ja. Bewaffnet. Geht das noch ein bisschen? Oder ist was? Lidernüss. Mal gucken, was du bist. Ich hab's nicht aufgesammelt, oder? Hm. Mist. Ich mach ein bisschen genauer positionieren, das nächste Mal. Okay. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Noch mehr Gias. Bei schöner, dramatischer Musik. Mal sehr auch traurig. Lapis. Nehmen wir auch mit. Sehr schön. Blas eine Ratte. Kannst aber gestohlen bleiben. Kann man noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Das geht ja jetzt etwas schneller. So. Hier haben wir wieder Redstone. So. Noch weiter. Sehr schön. Geht ja schon viel schneller mit der Hacke. Ähm. Wurde, wenn wir da lang. Das ist lauter Kohle. Und Eisen. Hö, hö. Dramatischer Schock. Dräumer. Ähm. Jawoll. Schön einsammeln. So. Wurde, Knopf. So. Cooler. Äh. Bisschen runter. Und immer schön weiter abbauen. Und überlegen. Sehr schön. Bestimmt gleich wieder Nacht. Ja, übrigens ist eine Höhle. Na, ich wusste es, dass es gleich Nacht wird. Ich nehme noch den Fire Shard mit. Ah, da ist noch einer. Noch einer. So. Jetzt aber ab. Was ist das? Hä? Ein Wasserblock, der an der... Okay. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Überall lautet Shards. Die leuchten immer so schön. Bäh, falscher Knopf mal wieder. Da. Und... Schlafen. Oh, guck mal einen an. Ein böser Wolf. Na du. Hehehe. Lauter schleimige Schleime. Gehen wir aber gleich mal da unten runter. Das ist ein Wehrwolf. So. Da haben wir einen. Erdschart. Ich bin nicht recht da drin. Oder Water. Nee, Water. Erdschart war nie gelb. So. Sammel sie ein. Bitter idiot. Ist das etwa. Nicht breit genug für uns, Alter. Das würde ich jetzt haben. Hab sie abgebaut. So. Naja. Hier krabbelt man da oben rum. Ich fährt ziemlich nach unten. Hier haben wir Gold. Gold ist auch schön. So. So. Ein bisschen Eisen. Oh, da oben steht ein Zombie. Uh, er wischt uns hier eh nicht. Ein bisschen davon. Hiervon. Und dann da. Diese leuchtende Dinger, die ziehen dann immer so an. Na toll. Die haben wir natürlich nicht aufgesammelt. Dann nennen wir dich auch mal mit. Ah, holt auch noch. Ne. Das ist was anderes. Das Zeug, wo wir Quecks hier mal rauskriegen, wenn man es schmilzt. So. Gucken wir uns mal weiter hier unten drunter um. Da ist Eisen. Äh. Sehr schön. Da haben wir wieder Diamanten. Das ist natürlich noch besser. Sehr schön. Drei Stück. Haben wir insgesamt jetzt. Sehr, sehr schön. Ja, ja. Ja, ja. Level 20. Ich hab noch kein Buch. Äh, kein. Dienstzimmerzauber. Obwohl wir uns das theoretisch auch schon machen könnten. Mit dieser Methode kriegen wir schon einiges. Es dauert zwar länger als wenn wir durch Hüllen rennen. Aber so viele Hüllen haben wir hier auch nicht. Ich weiß, es dauert nicht länger als wenn wir durch Hüllen rennen. Aber theoretisch geht es sogar schneller als wenn man durch Hüllen rennt.